Nein, Mr. Nerd's Choice nix zu Hause. Ich nur Puzzi Puzzi mache. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf unserem Kanal namens Nerd's Choice zwischen den Zeilen. Ja, auf diesem neuen Format wollen wir euch einfach mal informieren, was wir geplant haben, was wir vorhaben, welche Videos als nächstes kommen und wir werden euch auch mehr die Möglichkeit geben, euch einzubringen, indem wir einfach verschiedene Abstimmungen starten, welche Videos wir als nächstes machen sollen. Habt ihr recht? Hab ich recht, sagt er, genau. Und ja, wir werden auch einfach mal über Manu Stuhljong reden oder solche Sachen. Ja, oder wir fangen einfach mit dem ersten Thema an. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt im Vorspann. Alex ist wieder da. Lutsch. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Ja, wie Alexander hier. Na, ihr habt es ja richtig verkackt, die letzten Wochen, aber jetzt bin ich wieder da. Ich habe das Gesicht. Ich bin das Gesicht des Ganzen. Du bist der Eingetscher, das haben wir, Franz, wo man klatscht eigentlich nicht. Ach, das schneide ich rein. Ja, dann fange ich mal an. Was wir in Zukunft machen wollen, nennt sich MMOs für blutige Anfänger. Soll eine Art, ja, Doku, Anleitung für Leute sein, die eigentlich so mit MMOs nichts zu tun haben und die Begrifflichkeiten nicht kennen. Wir wollen das Ganze sehr humoristisch machen, sehr lustig und wir sind uns eigentlich sehr sicher, dass es euch gefallen wird. Und das ist ein relativ großes Projekt, wird ein bisschen dauern, aber wir hoffen trotzdem, dass wir jede Woche ein Video mindestens rausbringen können. Und jetzt weiter zum Mann. Ja, und wegen diesem großen Projekt stellen wir unsere nicht so nerdingen Videos jetzt erstmal hinten an. Heißt so viel wie, jetzt gibt es erstmal das ganze Zeug, was Franz gerade schon erklärt hat. Aber wir werden natürlich auch versuchen, zwischenrein mal zum Beispiel hier die Religionsvertreter, auch sehr viel gewünscht von euch, reinzumachen. Oder auch mal Werbung 3 oder Net vs. Arschloch 2 und soweit einfach dranbleiben. Oder guckt euch einfach wirklich die neuen Videos an, um zu lernen, wie das in MMOs einfach so läuft. Ja, und somit, von weiter zu Alex. Und das Beste kommt zum Schluss, die letzte Neuerung, ich bin wieder da. Le moi. Ich. Le mi. Ab zum Wetter. Ja, und damit war es das schon wieder bei Nerds Choice. Zwischen den Zeilen. Das war mein Stichwort, ich habe es schon zweimal verschlafen. Ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen neugierig machen auf unsere neuen Videos. Und bis dahin könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben. Alles in die Kommentare. Bestellungen, was ihr wollt, was ihr davon haltet. Generell, alles in die Kommentare. Der Shopping Channel war schon egal. Also, freut euch drauf. Wir freuen uns auf alle Fälle drauf. Ja, auf jeden Fall. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, und auch auf diesem Format nicht vergessen, abschalten. Bis zum nächsten Mal.